Hey und willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft Badwars zusammen mit Paluten, Sturmwaffel und Kedos. Ähm, wir haben verschiedene Charaktere, die Story ist Spongebob macht die Badwars City unsicher, du Bergmann musst das Rezept, also das Bett von Plankton dem Gegner beschützen. Taktik ist gefragt und Teamwork, dafür haben wir verschiedene Charaktere. Ich bin Spongebob und rufe alle zwei, drei bis drei Minuten, ich bin bereit, also einfach typische Sprüche benutzen. Du bereit? Weiß ich nicht. Okay. Warum ist man bereit? Ich hab ein bisschen Gold für dich. Nee, stimmt überhaupt nicht. Ich baue, ich baue mal unser Fest. Oh, waren wir das? Nein, das waren wir nicht, das dürfen wir nicht sein. Achso, ich wollte gerade sagen. Patrick, komm, Patrick, komm, Patrick, Patrick, komm doch. Patrick, hast du, die sind tot, okay. Okay, Patrick. Spongebob, hast du mein Fernseher gesehen? Lass uns einfach, weißt du, wo das Bett ist? Spongebob, du hast ja in Spongebob gehen. Ja, ich weiß nicht, es ist ein kleines Kostümung gescheut hier. Ich bin ein bisschen in Teutung. Hat jemand Gold? Hat jemand Gold? Patrick. Oh Gott, was ist er denn für eine Maschine? Patrick. Er ist tot. Vielleicht können wir ihm mal vorschicken, wenn er ein bisschen schlechte Laune verbreitet. Mich vorschicken? Ihr beiden, ihr... Das ist mein freier Sonntag, an dem ich ein bisschen Klarinettenmusik genießen wollte. Die Zukunft. Die Zukunft. Wir sind tot. Hast du das Bett abgebaut? Ja. Nice, Patrick. Das hast du toll gemacht. Das war zuerst Fernseher. Doch, doch mal was zu gebrauchen. Patrick, komm, wir gehen direkt zum nächsten Bett. Sprung. Ja. Oh Gott, ich auch. Okay, alles klar. Nein, nein, nein. Patrick! Wenn ich einen Dollar für jeden hirnlosen Schwamm kriegen würde, den ich kenne, hätte ich einen Dollar. Okay, das hat die Zitatseite aufgemacht. Ich muss sagen, dass Tadeus auch wirklich schwierig ist. Vor allem, wenn er dann irgendwann anfängt auszurasten wegen den ganzen Vollidioten, die den Sonntag kaputt machen. Hör mal noch einen Bogen. Mr. Krabs, wir brauchen endlich Gold. Ich hab Gold. Hier, ich hab Gold für sie, Mr. Krabs. Geregt. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Go, go, Tadeus, los. Tu es einfach, Tadeus, tu es. Tadeus. Ey, wieso treff ich dich nicht mehr? Wir verlieren die Runde wegen dir, Tadeus. Bitte, du musst dich fürs Team opfern. Oh ey, der muss doch irgendwann mal down gehen. Das ist mir so leid, es tut einfach ein barbarisches Mimmen-Spiel, sondern dergleichen. Es ist Sonntag, Spongebob. Aber Tadeus. Ach, es ist zu spät. Bitte? Bitte? Dann kannst du deiner Tochter hier, diesem fetten Wale oder so sein. Soll kannst du irgendwie... Fetten, fetten Wale? Ich mag Wale. Ich hab ihn hier irgendwie... Oh, der Armwale. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Sauber, schöner Schuss. Okay, komm Leute, jetzt alle in die Mitte, alle in die Mitte. Komm Leute, jetzt, 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 jetzt. Oh, komm noch, komm noch einer, komm noch einer. Scheiße, scheiße, ich hab nicht, ich muss erst essen. Nice! Rein da jetzt, rein da! Zugriff! Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit! Alles drauf jetzt, alles drauf, was ihr habt. Patrick, ich muss sagen, ich sehe Potenzial in dir. Komm ich nicht. Ja gegen Smurf, ja gegen! Ich meine, ja gegen Patrick. Nice, okay, alles klar. Wo ist, dass wir das noch geschafft haben? Ey Leute, es war eine sehr chaotische Runde. Jetzt kann ich es da rauslassen. Ich weiß, wir haben ganz gut geschauspielert. Aber ich kenne mich mit Spongebob nicht raus, Leute, tut mir leid. Aber trotzdem. Naja, wenigstens habe ich versucht, doch mit ein paar Anekdoten mein kindliches Wissen einzubauen. Aber ja, ich muss hierbei nur folgendes haben. Da sind jetzt ein paar spezielle Items dabei, die nur der Spielemeister nutzen darf. Wir haben jetzt gesagt, wir beschränken uns darauf, dass der Spielemeister nur ein Schwert benutzen darf. Und die Mitarbeiter quasi des Spielemeisters, in dem Fall Kedos und Dario, dürfen nur den Bogen benutzen. Ansonsten dürfen wir alles benutzen. Zur Challenge selbst. Du bist der böse Spielemeister. Sechs Gold haben wir. Oh Alter, so pass auf. Okay, zack. Ich sag mal den hier, damit sie richtig wissen, was Sache ist. Die machen sie bestimmt gar nicht in die Hose. Ohne Verlags. At all. Die haben bestimmt richtig Angst gerade. Schnell, schnell, schnell. Okay, alles klar. Ich bin drüben. Ich bin drüben. Jetzt gibt es den Anschlag. Es gibt den Anschlag. Es gibt den Anschlag. Okay, der erste Anschlag. Und los. Oh, der Eiser geht jetzt so richtig rein. Lass die Bombe platzen. Nice. Alles weg. Das war ein guter Anschlag. Ich habe keine Spitzsage. Ich muss auch schnell holen. Halt sie. Halt sie hier. Ich kann das machen. Ich kann das machen. Soll ich das machen? Ja, ich habe schon eine Spitzsage. Habe ich dir erlaubt, Meister? Ich habe das Bett. Zack, Alter. Dicer. Und dann meinte er her. Erythakos. Weil das geht immer. Du brauchst das in so einem Chor. Weißt du? So ein Illuminat. Erythakos. Lass ich von Manu einsingen. Erythakos. 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 Ach, Leute. Sprich nicht so mit dem Spielemeister. Erythakos. Ich bin nicht ein Frevel. Erythakos. Hier ist der Anschlag. Hinter uns. Oh Gott. Oh, er platzt die Bombe. Die Bombe platzt. Die Bombe platzt. Aber jetzt der Weg auch. Kann einer von euch einen Weg bauen? Ja, ich. Mach die Kran-Taktor. Äh, den Kran-Taktor. Die Kran-Taktik. Vorsicht, er würde dich kicken. Soll ich die Kran-Fahrtaktik machen? Ja. Weißt du. Okay, alles gut. Wissen, er ist immer noch da. Aber ich bin jetzt in der Base. Okay, ich hab das Base. Ey, ich hab das Bett. Und ich hab die Base. Okay, nice. Spielemeister ist ja noch nicht dramatikalisch ein bisschen. Den kriegst du. Den kriegst du. Komm, das schaffst du. Ich seh den Fight von weit weg. Ich krieg ihn, ich krieg ihn grad nicht. Er hat unser Bett. Er hat unser Bett. Er hat auf jeden Fall unser Bett. Nein. Das schaffst du. Nice. Erythakos. 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 Das geht ein bisschen mit mir durchgerade. Einer lebt noch. Das heißt, das ist doch einfach eine einnehmende Persönlichkeit. Ja, er lebt noch. Erythakos. 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 Wir sehen hier irgendwo. Nee. Erythakos in Dominisantum. Da ist er. Ich seh, ich seh. Okay, okay. Er versucht mich. Ich kann sie halt von hier nicht droppen. Dann droppst du sie ein bisschen daneben. Er kommt raus. Er kommt raus. Ja. Warte. Mach's jetzt. Lass ihn. Er kommt rüber. Ja, was soll ich machen? Er kommt rüber. Okay, warte. Du's. Er kommt, er kommt. Oh Gott. Ja, ja, weg. Er fällt rein. Er fällt genau rein. Ja. Das hat ihm richtig Schaden gegeben. Er ist, er ist. Nee, ist noch nicht down. Oh Gott. Er ist noch nicht runtergefallen. Tschüss. Ist er runtergefallen jetzt? Ja, ja, okay. Nice. So, und jetzt. Es gibt eine neue Neuerung. Und zwar GG, Leute. Ich sag mal so, es läuft schon. Es läuft wie Schlagsahne. Es läuft wie gute, cremige Schlagsahne. Es läuft schon mal kritisch gerade. Ja, ich stehe auch einfach nur so ein bisschen wie so ein Bärti im Wald. Ein Bärti steht in der Hade. Minimal angespannt gerade. Ganz still. Der Ryo ist heute so aggressiv, ne? Es ist also... Das ist ja... Der mich jetzt töte. Der Ryo. Nein, ich raste völlig aus. Er hat dich doch gar nicht getötet. Ohne Spaß. Nein. Ach doch, jetzt. Krass. Ich seh dich da aber noch. Ach, das ist deine Base. Ach, der war bei dir. Ah, okay. Jetzt understand ich, was da läuft. Okay. Wie machen wir das jetzt am besten? Wie machen wir das jetzt am besten? Bist du natürlich hier gerade an meinem Bett? Und, oh, Bergi! Hallo, Berti. Berti, sorry. Also, das ist jetzt aber hier... Ey, willst du das jetzt ernsthaft bei mir durchziehen? Bei deinem Freund und Bruder? Das tut mir leid. Du bist unsichtbar bei mir. Echt? Ich glaub's nicht. Das ist natürlich... Es tut mir leid. Ich hab dir sogar schwer gemacht. Ja, es tut mir leid. Und du hast mich unsichtbar getötet. Ja. Jetzt hätte ich endlich mal die Gelegenheit gehabt, ein bisschen... Oh Gott! Ich wusste es! Ich wusste es! Hab ich mich gerade erschrocken! Jetzt in der Jagd und im Hintergrund so richtig Trommelmusik läuft. Oh. Oder du machst den Tüten platt. Huh! Huh? Oh, Alter! Ich glaub, ich bin aber halt im selben Moment, bin ich glaub ich auch gestorben. Hast du eine Enderpelle? Ich hatte eine Enderpelle. Zwei Stück sogar. Sonst sehen, hören wir uns morgen wieder. Schaut auf jeden Fall auch bei den drei süßen Boys vorbei. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh, hier ist Böschböhm. Ihm bereit, Ihm bereit.